Moin Moin und herzlich willkommen zum Testbericht des Honor Magic 4 Pro und das neue Flaggschiff-Smartphone von Honor, der ehemaligen Tochtermarke von Huawei. Jetzt unabhängig habe ich locker drei Wochen für Technik-News.net im Alltag gehabt, habe es intensiv getestet verglichen mit anderen Flaggschiff-Smartphones wie dem Pixel 6 Pro, aber auch dem OnePlus 10 Pro, was leider nicht mehr hier ist, genauso wie dem Find X5 Pro und dem Galaxy S22 Ultra, also eigentlich allen großen Flaggschiff-Smartphones, die dieses Jahr schon rauskamen. Und von dem Gerät bin ich an sich super überzeugt, aber es hat mich auch an einigen Stellen enttäuscht. Und ich finde es vor allen Dingen, spoilermäßig, sehr schade, wie gut die Hardware ist und wie wenig dann die Software so ein bisschen draus macht. Aber dazu kommen wir jetzt detailliert. Wir fangen an mit dem Design und der Verarbeitung. Und hier muss ich sagen, das Gerät hat mich sofort an ein Mix aus dem Huawei Mate 40 Pro, was ich letztes Jahr auch auf meinem Kanal getestet hatte, und so ein bisschen dem Huawei P50 Pro. Und ich mag das Design. Es ist mal was komplett anderes. Die meisten Flaggschiff-Smartphones mittlerweile sind einfach ein horizontales Display dann mit Frontkamera in der Mitte und dann auf der Rückseite irgendeine Art von Kamera-Aussparung, in dem Fall beim Pixel 6 Pro so ein Streifen. Und beim Magic 4 Pro ist es so, es ist an allen Seiten abgerundet. Das heißt, wir haben hier unten eine Ecke, wir haben hier oben eine Ecke, hier eine Ecke und hier eine abgerundete Ecke. Das sorgt dafür, dass es unten nicht so kantig ist. Sprich, die Ränder sind so, dass die Finger dort auch gut auflegen, denn es ist ein unfassbar riesiges Gerät. Wir haben hier tatsächlich ein 6,81 Zoll großes Display mit einer Screen-to-Body-Ratio von 93%. Also wir haben hier wirklich eigentlich ein Stück Glas, ein Stück Display in der Hand. Und auf der Rückseite haben wir dann einen Kamera-Bump, den sie Auge der Muse nennen, Eye of Muse. Sieht für mich so aus wie so eine traditionelle Kamera. Wir haben hier echt fünf Sensoren drin, nicht fünf Kamerasensoren an sich. Davon sind zwei, also drei richtige Kamerasensoren. Und zwei, ein Time-of-Flight-Sensor und noch einen anderen Sensor. Ich persönlich bin nicht der ultimative Fan von dem Design, aber es ist so, dass es mich nicht gestört hat. Und einige, die ich kenne, gesagt haben, hey, das ist stylisch, das ist cool. Was ist denn da drin? Wie viele Kamerasensoren? Es ist definitiv so, dass es seinen Zweck erfüllt und mich nicht gestört hat. Es ist aber auch nicht das beste Kameradesign, was ich seit langem gesehen habe. Aber ansonsten verarbeitungsmäßig sehr hochwertig, sehr gute Materialien. Das Einzige, was mich tatsächlich gestört hatte, war der Displayschutz. Hier war eine Folie drauf, die mittlerweile auch abgegangen ist, die sich aber unfassbar billig angefühlt hat. Und deswegen war ich ganz froh, als sie ab war, weil mittlerweile fühlt sich das Display dann super hochwertig an. Aber zu dem Zeitpunkt war es einfach unfassbar billig und hat leider beim Tatschen, naja, sage ich mal beim Berühren nicht. Also wenn ich das jetzt komplett als Privatgerät nutzen würde, dann würde ich da in dem Fall eine neue Folie drauf machen lassen. Aber ansonsten Design und Verarbeitung finde ich eines der Highlights des Gerätes, weil es einfach mal was anderes wieder war und so ein bisschen auch die Philosophie von Huawei weiterführt, die ja vielleicht einige auf dem Smartphone-Markt vermissen, unter anderem mir. Das bereits angesprochene Display, 6,81 Zoll, 120 Hertz AMOLED LTPO der zweiten Generation mit einer Auflösung von Full HD+. Und das wäre auch das Einzige, was ich hier wirklich als Kritikpunkt anführen würde, weil Flaggschiff-Smartphones gerade in diesem Preisbereich eine Auflösung von QHD+, eigentlich als Pflicht haben. Aber mich persönlich, ich deaktiviere QHD+, bei den meisten Flaggschiff-Smartphones, weil das in der Akkulaufzeit unfassbar bemerkbar ist, im Alltag aber nicht stark merkbar. Ich habe mich jetzt nicht daran gestört, dass ich kein QHD-Plus-Display habe, denn das Display ist ansonsten fantastisch. Ich habe ja bereits gesagt, es fühlt sich an, als hätte man ein Stück Glas in der Hand. Gerade Videos, Filme drauf zu konsumieren, ist ein Traum da drauf. AMOLED erfüllt seinen Zweck, wir haben hier super gute Schwarzwerte, wir haben hier auch eine maximale Helligkeit von ca. 1000 Nits, was in dem Fall so hell war, dass ich auch bei totaler Sonneneinstrahlung immer das Display gut ablesen konnte. Es ist aber Display-mäßig nicht auf einem Niveau mit einem S22 Ultra. Was ich immer noch sagen würde, ist das beste Display dieses Jahr. Einfach, weil es unfassbar hell ist, unfassbar gute Farben hat und die Bildwiederholrate auch mit der Software gut integriert ist. Hier ist, kommen wir aber softwaremäßig später noch drauf zu sprechen, nicht immer in der Software 120 Hz aktiviert gewesen. Aber in den Apps, wo 120 Hz aktiviert war, hat man das gut gesehen, war das alles super flüssig. Und das Display habe ich sehr, sehr gerne genutzt. Hier hat auch Honor einen wirklich guten Job gemacht. Das Einzige, wie gesagt, was ich ansprechen würde, ist in dem Fall die nicht auf dem absolut besten Niveau Helligkeit und die fehlende QHD-Plus-Unterstützung. Hardware-mäßig haben wir hier auch ein Flaggschiff aus 2022. Sprich, wir haben Flaggschiff-Prozessor, den Snapdragon 8 Gen 1 hier verbaut mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB an RAM und 256 GB an internen Speicher. Das Ganze ist in dem Fall so, dass ich sagen würde, 256 GB an Speicher ist für den Preis eine sehr gute Konfiguration. Was mir in dem Fall fehlt, ist so ein bisschen an RAM. 8 GB RAM ist für jetzt noch total ausreichend, aber wenn man sagt, okay, Flaggschiff-Performance über die nächsten Jahre, hätte ich mir schon zumindest eine 12 GB RAM-Version gewünscht. Einfach, weil dies in dieser Preisklasse eigentlich der absolute Standard ist. Deswegen auf dem reinen Datenblatt wären die 8 GB RAM das Einzige, was mich stören würde. Ansonsten haben wir hier wirklich sehr gute Hardware verbaut. Wir haben nämlich einen Ultrasonic Fingerabdrucksensor, sprich einen Fingerabdrucksensor, der nicht optisch funktioniert mit einer Kamera, die ein Foto macht. Sondern wir haben in dem Fall die Technologie, die auch Samsung verwendet per Ultraschall. Und das Ganze ist nochmal sicherer und auch schneller. Sprich, ich kann hier mal so das Gerät ausschalten und drauf und zack, entsperrt. Nochmal, so und entsperrt. Schnell, sicher, funktioniert sehr gut. Das Zweite, was wir hier auch eingebaut haben, ist eine 3D-Gesichtserkennung. Huawei war mit die einzige Firma, die das wirklich gut umgesetzt hatte. Und Honor führt das Ganze auch wieder fort. Wir haben hier also einmal zack, so Erkennung und dann hier oben haben wir dann das kleine Schloss. Das kennt man ja auch aus iOS bereits. Und dann kann man das Ganze super schnell entsperren und funktioniert auch, ist auch sicher. Dazu haben wir dann nämlich auf der Vorderseite diese Pill-Sache, also dieses Dual-Punch-Hole, was einige stören könnte. Das kann ich auch total verstehen. Wenn man aber sagt, okay, ich möchte eine sichere Gesichtserkennung, dann ist das das Einzige, was man so ein bisschen im Flaggschiff-Markt, im Android-Bereich aktuell kriegt. Weil alle anderen Hersteller setzen das Ganze dann mit einer Fotogesichtserkennung um. Und das Ganze ist dann natürlich unsicher. Optimierung der Hardware an die Software bin ich ein bisschen... Naja, das Ganze ist halt so, dass es stellenweise wirklich Lacks gegeben hatte. Das Ganze war auch noch vor Release. Mittlerweile hat sich das Ganze gebessert über Updates, die da bereits schon kamen. Es ist aber trotzdem so, dass sich die Hardware-Optimierung nicht so gut anfühlt, wie die von anderen Herstellern aus dem Hause BBK. Also OnePlus, Oppo und Realme sind die gerade, als ich hier nochmal das GT Neo 3 in die Hand genommen habe und jetzt aktuell im Alltag nutze, ist es einfach so, dass die Hardware-Optimierung dort perfekt ist. Sprich, wir haben eine super schnelle Software, keinerlei Lacks. Das war hier nicht immer der Fall. Liegt auch daran, dass, naja, Honor jetzt seit eineinhalb Jahren erst eigenständig ist. Es ist aber trotzdem so, dass es der Snapdragon 8 Gen 1, naja, wahrscheinlich die schlechteste 8 Gen 1 Performance, die ich bisher in einem Gerät hatte, war. Was nicht heißt, dass es im Alltag irgendwie ständig ruckelt oder Sachen nicht schnell genug laden. Es ist aber trotzdem so, dass auf diesem Flaggschiff-Niveau, wo man gewisse Erwartungen hat, es einfach so der Fall ist, dass hier die Erwartungen, die ich hatte mit der Performance, die versprochen wird durch den Prozessor, am wenigsten erfüllt wurden. Was ich leider sehr schade finde, weil es ansonsten mäßig ja hardware-technisch ein super gutes Gerät ist. Ansonsten zur Hardware noch Stereo-Lautsprecher, richtige Stereo-Lautsprecher, unten ein und oben ein, sowie eine IR-Blaster, also eine Fernbedienung, die theoretisch hier eingebaut wurde. Die Lautsprecher, phänomenal, wirklich gut, laut, auch basslastig, können auch gut Höhen abdecken. Habe ich auch sehr gerne Musik drauf gehört, Filme geschaut, das war überhaupt kein Problem. Ist kein absolutes Highlight, wie zum Beispiel bei Xiaomi. Die sind da immer noch, würde ich sagen, Marktführer in dem Bereich mit den Lautsprechern, aber super gute Lautsprecher. Den IR-Blaster ist auch eines der Alleinstellungsmerkmale, was bisher auch nur Xiaomi hatte. Auch hier lobe ich Honor, weil sie wirklich Innovationen in dem Fall bringt, mal was Neues, was noch keine, beziehungsweise wenig andere hatten. Eigentlich nur Xiaomi in dem Markt. Auch gut, der Lautsprecher für das Telefonieren sitzt so ein bisschen oben drin, womit man dann so ein AI-Call-Feature haben soll, was angepriesen wird. Ich habe das auch ausprobiert. Es ist in dem Fall besser als bei anderen Herstellern. Ich würde es jetzt aber nicht als absoluten Kaufgrund sehen. Also kleines Fazit zu der Performance. Performance hat mich nicht vom Hocker gehauen, aber an sich, Hardware-mäßig, wurde hier einiges gemacht, was viele andere Hersteller bisher nicht mehr machen. Kamera. Da haben wir drei Stück auf der Rückseite. 50 Megapixel Weitwinkel, 50 Megapixel Ultraweitwinkel und 64 Megapixel Telefotokamera. Dann haben wir noch einen Time-of-Flight-Sensor und einen Flimmer-Sensor. Sprich, wir haben hier wirklich fünf Sensoren und die machen wirklich sehr, sehr gute Fotos. Huawei hatte bisher immer mit die besten Fotos auf dem Markt gemacht und das Ganze führt auch noch als Tradition fort. Wir haben einen bis zu hundertfachen Zoom, der eher Gimmick ist. Samsung ist da nochmal ein Stück besser. Aber ansonsten, alleine, dass wir die Funktion haben, ist eine coole Geschichte. Fotos mit der Weitwinkelkamera und Ultraweitwinkelkamera. Exzellent. Definitiv nicht die beste Kamera auf dem Markt, gerade im Nachtfotobereich liegt Google noch ein Stück vorne. Samsung auch. Aber ansonsten, scharfe Fotos, detaillierte Fotos. Ich finde die Farben echt gut abgestimmt. Hier kann ich mal ein paar Sachen einblenden. Frontkamera war eher so eine Sache, die mich so ein bisschen enttäuscht hat. 12 Megapixel, gute Porträts. Aber die Unschärfe ist nicht immer so auf dem Level, wo ich sie gerne haben würde. Auch hier, Google hat die besseren Algorithmen. Aber ansonsten, die Bilder sprechen eigentlich für sich. Ich war von der Kamera wirklich begeistert. Aber auch hier fehlte wieder die Performance. Die Kamera-App hat teilweise dann wirklich immer wieder kleinere Ruckler gehabt, die so ein bisschen diese Flaggschiff-Erfahrung, die das Gerät bieten soll, nicht ganz erfüllt. Das ist leider das Problem dieser Software-Optimierung, wo wir später auch nochmal detaillierter drauf zu sprechen kommen. Aber es, wie man sich durch diesen Testbericht bereits so ein bisschen merken kann, immer weiter durchzieht. Akku, Highlight des Geräts. Akku ist dann das Highlight des Geräts. 4600 mA wird mit 100 Watt wieder aufgeladen. Sowohl drahtlos, das ist ja das Krasse, als auch per Kabel. Honor hat da so einen drahtlosen Lader im Pre-Order-Paket, also im Vorbesteller-Paket mit. Ansonsten kostet er, glaube ich, ein Hunni irgendwie drauf. Ist wirklich ein Highlight damit hier zu laden. Egal per Kabel oder kabellos, das Gerät ist in ungefähr, habe ich ausgemessen, 35 Minuten wieder voll. In 20 Minuten bereits 65%. Also Akku-Probleme beim Laden wird man nicht haben. Ansonsten bin ich damit auch immer gut durch den Tag gekommen. Nur, wenn ich ihn wirklich viel benutzt habe, auch als Hotspot benutzt hatte oder viel Fotos gemacht habe, gerade im Urlaub, dann musste ich zwischendurch wieder laden. Das Ganze ist ja durch dieses Superschnellladen immer wieder schnell voll. Das ist in dem Fall so, weil bei vielen Flaggschiffen anderer Hersteller, jetzt nicht Xiaomi oder BBK, sondern zum Beispiel Samsung oder Apple, war es halt immer so, oder auch Google, dass die Geräte dann, naja, auch ungefähr dieselbe Akkulaufzeit hatten, aber einfach unfassbar lange wieder gebraucht haben, vollzuladen. Das ist hier auch eines der Highlights dann, dass man das Kabel los mit 100 Watt laden kann, weil das einfach auch nochmal den Akku besser schont, als wenn man es immer mit Kabel lädt. Software. Hier haben wir dann das Problem. Wir haben Magic UI 6 drauf vorinstalliert. Android 12, neuestes Android. Heute kam gerade nochmal eine Mail. Honor verspricht zwar weiterhin nur zwei Jahre an OS-Updates, aber vier Jahre an Sicherheits-Updates. Das ist so ein bisschen mein Problem. Denn Honor kann ich verstehen, dass sie noch nicht die Software, die sie jetzt neu machen müssen, auf demselben Level haben, was halt alle anderen haben. Also Samsung, Apple, Google, BBK mit ihrer Software. Da habe ich ein bisschen Verständnis für. Was aber nicht heißt, dass das Ganze dann besser bewertet wird, weil es einfach so ist, wie es ist. Und ein Kunde, der sich ein Smartphone kauft, der hat dann kein Verständnis dafür, dass die Software nicht gut ist. Der möchte eine gute Software haben. An sich gefällt mir Magic UI gar nicht so schlecht. War halt vorher der Skin von Huawei, oder basiert so ein bisschen auf dem Skin von Huawei. Wir haben hier einige weitere Features, wie eine App-Leiste, die wir uns hier hinziehen können. Wir haben Multi-Window. Wir haben einen Buch-Modus. Wir haben einen Einhand-Modus, der wirklich gut funktioniert. Es ist halt aber trotzdem so, dass das Ganze teilweise Fehler hatte. Also, dass Benachrichtigungen nicht ankamen, teilweise halt Apps gestoppt wurden, dass die Akkulaufzeit beim Stand-by-Modus nicht auf dem Level war, wo ich sie gerne haben würde mit dem Prozessor. Aber das ist alles noch teilweise ein bisschen unfertig. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass sie sagen, wir machen mindestens drei, wenn nicht sogar vier OS-Updates, dass man sagt, okay, die Software ist jetzt nicht auf dem Level, wo ich sie gerne haben würde, aber man kann sich sicher sein, dass es halt über die Jahre besser wird. Wenn wir ja aber hier nur zwei große OS-Updates kriegen, dann ist das so ein bisschen schwierig, dass man dann kein Versprechen gibt, dass es so ein bisschen, ich würde nie auf Versprechen von Herstellern hören, aber das wäre noch ein Argument gewesen, wo ich jetzt sagen könnte, okay, wer sich das jetzt schon so zutraut zu kaufen, da kann halt auch sicher sein, dass er dann länger Updates kriegt und dann vier Jahre eine super tolle Software hat, die er dann oder auch schon in zwei Jahren gerne nutzt. War bei mir zumindest so, dass ich halt hier viele Probleme hatte, die ich halt auf anderen Smartphones nie hatte. Gerade auch in dem Performance-Bereich, dass zum Beispiel die Kamera-App nicht immer super läuft. Auch die Telefon-App hier und da immer so kleine Ruckler hatte oder noch so gefühlt unfertige Funktionen. Und das ist halt, das zieht sich alles so ein bisschen durch, auch die App-Optimierung. Gerade bei Snapchat zum Beispiel habe ich nie Benachrichtigungen dann gekriegt. War ich ein bisschen enttäuscht von. Hätte ich mir zumindest mehr erwartet. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit, zum Magic 4 Pro. Das lässt sich relativ einfach beschreiben. Wir haben eine fantastische Hardware, die auf Level 2022 ist. Wir haben eine Software, die so ein bisschen auf dem Level 2019 stehen geblieben ist, als dann dieses Huawei-Embargo kam und die Marken sich getrennt haben. Was halt leider sehr schade ist, weil das Gerät ein Kandidat gewesen wäre für das Flaggschiff 2022. Einfach weil es super Hardware bietet, nur die Software leider dem Ganzen nicht standhält. Und wir so ein bisschen jetzt in diesem Bereich sind, wo ich sage, okay, für diesen Preis, für 1099 Euro, würde ich das Gerät nicht empfehlen. Für einen Preis von 100 Euro, 200 Euro weniger, 999, 899, kann man sich das Gerät sofort angucken, weil es halt immer noch fantastische Hardware ist. Gerade die Kamera, gerade das Display, gerade solche Funktionen, die man bei anderen Herstellern nicht in dieser Kombination kriegt mit sicheres Entsperren, sicheres Fingerabdrucksensor, abgerundete Ecken, das kriegt man in diesem Paket nur bei Honor. Super schnelles Laden, 100 Watt, kriegt man nur bei Honor. Es ist halt nur einfach so, dass zu diesem Zeitpunkt die Software dem Ganzen nicht standhält und dieses Versprechen von 2OS-Updates für mich noch aktuell zu wenig ist. Zumindest für diesen Preis, wo man auch für 1099 Euro locker einen Find X5 Pro schon, glaube ich, kriegt, einen OnePlus 10 Pro kriegt, einen Pixel 6 Pro kriegt, ich glaube sogar auch schon S22 Ultra kriegt, was mittlerweile auch eigentlich performancemäßig gut sein soll, habe ich von Kollegen gehört. Deswegen, ich bin trotzdem super froh, dass Honor dieses Gerät rausgebracht hat, denn jetzt haben wir endlich wieder, in Anführungsstrichen, eine richtige Huawei-Konkurrenz auf dem Markt, die wieder Innovation betreibt. Deswegen, ich bin vom Magic 4 Pro an sich super begeistert. Softwaremäßig lässt sich das Gerät noch nicht so ganz sehen. Wenn ihr das Video aber zu einem späteren Zeitpunkt schaut, 800, 900 Euro, für den Preis kann man das Gerät kaufen. Aber was haltet ihr denn vom Honor Magic 4 Pro? Das war es mit dem Testbericht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss!